Musik Ich war ja auch dieses Jahr auf der Frankfurter Buchmesse im Oktober und dort gab es einen Stand vom Inselverlag mit dem Buch Billy von Einzelkind. Und die waren so nett und haben mir ein Rezensionsexemplar davon zukommen lassen, was ich euch jetzt vorstellen möchte, also das Buch, nicht das Rezensionsexemplar. Und ja, das Buch hat 203 Seiten, ist in diesem Jahr, 2015, im September rausgekommen. Und Einzelkind ist ja dafür bekannt, dass er nur Romane rausbringt, deren Titel ein Name ist. Und deswegen passt das Buch Billy auch super in seine Reihenfolge. Billy ist ein junger Mann aus Schottland, der sehr früh seine Eltern verloren hat und deswegen bei seinem Onkel aufwächst und somit auch einen Bruder hat. Ja, diese Familie hat ein kleines Geheimnis, denn die ganze Familie ist quasi ein Geschäft von Auftragskillern. Und ja, die Geschichte handelt davon, wie Billy zu dem geworden ist, was er nun jetzt ist, nämlich der Auftragskiller. Billys Eltern waren Hippies, die mit einer Überdosis Drogen sich leider irgendwie selbst umgebracht haben. Seitdem wohnt er bei seinem Onkel. Deshalb erfährt er aber erst in seinem siebten Lebensjahr eben, dass sein Vater eigentlich gar nicht sein leiblicher Vater ist und dass sein Bruder eigentlich auch sein Cousin ist. Schon im frühen Alter hat er sich mit Philosophen auseinandergesetzt und fand das Thema Philosophie generell total faszinierend, weil es einfach andere Einstellungen und Ansichten sind. Und vor allem Nietzsche hat es ihm angetan, weil Nietzsche genau das ausdrückte, was er immer empfindet. Und ja, ich habe euch eine schöne Stelle rausgesucht, weil er da zeigt, dass er die ganze Welt viel anders sieht, also viel philosophischer als andere Leute. Wenn ich Emojis sehe, denke ich darüber nach, ob Sprache überwunden wird, ob wir zurückmutieren in Zeiten der Laute und Gebärden. Wenn ich zu einem Konzert von Franz Ferdinand in Chateau fahre, dann denke ich über illegale Lagerhallen, Uniformität und das Ende der Bewegung nach. Und wenn eine Mitte 40-jährige Joggerin mit perfektem Körper und drei farblich dezent aufeinander abgestimmten Fitnessarmbändern an mir vorbeiläuft, dann denke ich an Foucault. Ich kann nicht anders. Ich denke dann über Biomacht nach, über Begriffe wie Humankapital, die Ökonomisierung des Lebens, das System, das Individuum, Flucht, Verlust und Illusion. Wenn Frankie eine Mitte 40-jährige Joggerin mit perfektem Körper sieht, denkt er ans Ficken, wie er sagt, mit oder ohne Emoji. Und zweifelsohne hat er die schöneren Gedanken und zweifelsohne hat er es leichter. Neben der Philosophie prägt Willi auch die Musik. Ja, und es gab irgendwie keine Phase, die er durchlebt hat, sagt er. Und sein Onkel hat ihm und seinem Bruder bestimmte Werte im Leben beigebracht. Da habe ich jetzt auch nochmal gleich eine schöne Szene aus dem Buch ausgesucht für euch. Also ein schönes Zitat. Er sagte, dass er es nicht im geringsten nachvollziehen könne, warum man seinen Schwanz in das Arschloch eines anderen Mannes stecken mag. Schon bei dem Gedanken daran wäre die im Spei übel. Und? So fragte er. Bin ich etwas Besseres, weil ich auf feuchte Mösen stehe? Nein, natürlich nicht. Ich habe nur einen anderen Geschmack. Das ist alles. Und wir sollten es besser nicht noch einmal wagen, eine richtende Wertung wie Scheiß beizugeben. Irgendwann wird Willi dann in das Familiengeheimnis eingeweiht. Und sein Bruder ist schon seit drei Jahren dabei, denn sie bringen Menschen um im Auftrag von anderen Menschen. Aber allerdings nehmen sie nicht alle Aufträge an. 150.000 Pfund kostet ein Auftrag. Zwei pro Jahr nehmen wir an. Wir nehmen keine Mörder, die im Affekt oder aus Versehen getötet haben. Kann passieren. Wir nehmen nur vorsätzliche Mörder. In der Regel mehrfache. Das hat nichts mit Ehre oder Moral zu tun. Wir sind nicht die Guten, kämen uns nie in den Sinn. Es ist einfach nur logisch. Es geht um Verdienst. Und um Konsequenz. Als Willi 19 war, musste er sich also entscheiden, ob er lieber studieren möchte oder lieber in den Familienbetrieb einsteigen will. Sein Onkel hat ihm freie Wahl gelassen. Aber Willi hat sich irgendwann gesagt, gut, was mache ich nach dem Studium? Was erreiche ich da? Ja, also bringe ich mal lieber ein paar Leute mit meiner Familie um. Willi hat bis jetzt zwölf Menschen getötet und er hat immer das gleiche Tötungsritual, weil er zuerst den Menschen ihre Lebensgeschichte erzählt und dann von denen ein Foto macht. Das hat also alles auch wieder ein bisschen was Dexter-mäßiges. Ja, auf jeden Fall hat er, wie gesagt, zwölf Menschen schon getötet. Bei einem hat er sich aber geirrt. Und das holt ihn jetzt alles so ein bisschen ein. Mehr müsst ihr aber natürlich selber nachlesen. Das Buch fängt leicht verstörend an, macht aber Lust auf mehr, weil man am Anfang dieses Ritual, wie Willi die Menschen tötet, ja beschrieben bekommt. Und es gibt natürlich auch einen roten Faden im Buch. Und zwar ist das quasi so ein Roadtrip von Schottland aus nach Las Vegas. Und dort hat er ganz skurrile Begegnungen mit einem Autohändler oder mit einem Elvis, der meint, der alte Elvis zu sein, aber der sich mit W schreibt. Und halt all so ein Zeusch. Doch unterbrochen ist der Rote Faden viel durch Flashbacks und Erzählungen, wie seine Kindheit verlaufen ist und eben, wie er dazu gekommen ist, er zu sein, der er heute ist. Da der Willi ja sehr auf Musik abfährt, werden ziemlich oft Namen von Musikern eingeworfen, die ich sowas von gar nicht kenne und damit überhaupt nichts anfangen kann. Und immer nur dachte so, okay, okay, weil dann manchmal so zum Teil mehrere Namen hinterlande schon liegen. Aber vielleicht ist es auch einfach nicht meine Generation an Musik. Was mich gestört hat, ist, dass die ersten 100 Seiten für meinen Geschmack ein bisschen zu langweilig waren. Irgendwie passiert da nichts Richtiges. Und ja, die Kindheitserinnerungen, die sind halt sehr philosophisch. Zum Teil auch witzig dargestellt, wie ich gerade eben schon mal was vorgelesen habe. Aber halt sehr, sehr philosophisch. Und das ist halt überhaupt nicht so mein Ding. Dann aber die letzten 100 Seiten. Ja, da ging es endlich mal so ein bisschen los. Man hat dann auch bei dem Roten Faden, ohne die Flashbacks, hat man auch irgendwie was erlebt bekommen. Und ja, dann konnte ich das Buch auch gar nicht mehr weglegen und hab dann bis zum Ende gelesen. Gut fand ich vor allem die unterschwellige Ironie von Billy, die er an den Tag gelegt hat. Und generell die ganzen Begegnungen, die er hatte, wo du so lang so warst. Ne, das war schon witzig. Ein schöner Schreibstil auf jeden Fall. Der Schreibstil war auch generell in kürzeren Sätzen. Also nicht so lange Sätze mit ganz vielen Nebensätzen oder so. Also, ne, war immer schön auf den Punkt und halt sehr ironisch zum Teil, wo man dann öfters auch mal schmunzeln musste. Und eben auch sehr ehrlich, wie man in den Zitaten, die ich schon vorgelesen habe, auch sehen kann. Mein Fazit ist also ein Muss für alle, die Dexter mögen. So, das war's mit der Buchrezension von Billy von Einzelkind. Und ja, danke an den Inselverlag für das Rezensionsexemplar. Und ja, bald werdet ihr noch ein neues Buch von dem Inselverlag von mir vorgestellt bekommen. Bis dahin. Tschüss.